Was kriegen wir denn? Das ist cool. Das ist cool, eine Full-Health-Heal-Pille. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Nicht gescheit. Attacke! Einfach voll drauf halten. Also. Und jetzt auf dich. Ach, da kommen wir nicht hin. Obwohl, wenn ich's geschickt anstelle, müsste das doch gehen. Schade, kein Geheimraum da hinten. Übertrat mal nicht mit den goldenen Schlüsseln. Warum sammle ich, denke ich, alle ein? Ist jetzt so unnötig, wenn man einen hat. Ja, da lass ich mich noch treffen von dem Herz. Von dem... Jetzt... Nee. Nee, nee. Ja. Einsetzen. Ja, genau deswegen. Das wär mein Tod gewesen. Burned Penny? Was bringt der denn? Nee, brauch ich nicht. Was haben wir hier drin? Gabi Spork. Ach so. Nein, nein. Verdammt, jetzt hab ich... Ein Herz geopfert nur für drei Silberherzen. Wollte ich nicht. Sollte auch sowas wie eine goldene Bombe geben, finde ich. Was ist das hier? Was ist das hier? Wenigstens ist hier das Herz wieder. Das heißt, ich hab nicht verloren. Job! Geht durch den ganzen Raum. Meine Tränen? Nee, die nicht. Das ist unfair. Ja. Ich hasse die. Sind zwar nicht die schlimmsten Gegner von allen, aber trotzdem ärtzend. Ich hab ganz ja auch nicht von vorne erledigen. Schade. Okay. Fistula. Erstmal trenn... Trenn dich erstmal auf. Wow, wow, wow. Wow. Eng. Wow. Hilfe. Hilfe. Ich muss nichts mehr verlieren. Weil dann gibt's zwei Herzen sogar. Juchu. Ist das cool Da will ich noch nicht hin Doch will ich Ich glaube nämlich die Pille war es Was mir Na also Was mir das mit den Schlüsseln gebracht hat Ja Wärst du doch schneller Nein Danke Alter scheißdreckensraum Safety Cap Ne ich nehme ne Burnt Penny mit Ich nehme ne Burnt Penny mit Na ganz toll Na ganz toll Das war klar dass der hier lang geht Ja Mach doch Und auf Ihn mit Das geht auch weg So Pille was machst du Balls of Steel Das gefällt mir So Jetzt ist erstmal der Fliegenspucker Und du zum Schluss Speed plus Shot Speed Wie schnell sind wir drinnen mittlerweile Die Schalmauer durchbrechen sie bald Achso von dem zählt es dann auch So Jetzt haben wir erstmal den Nippel da fertig gemacht Und jetzt den Was haben wir hier drin Geld Ah Der Burnt Penny gibt mir also Bomben für das Ding Für Geld Nehme ich mit Find ich geil Mehr Bomben Oder auch nicht Oben ist bestimmt der Shop So Einmal durch So Nö Seh ich nicht ein Sowas seh ich nicht ein Das auch nicht Warum ich da Schaden bekomme Aber naja Geht's doch weg Ihr Wow So Das war gekonnt Mann Ich sag nichts mehr zu den Räumen So Weh da ist jetzt Greed Leiter nehme ich mit Also mit Schlüsselfirmen So viel Geld wie ich hab Und noch mehr Geld Und ne Bombe Juhu Juhu Ich kann Jesus ging übers Wasser Ich ging über Ich gehe über Abgründe Ist doch eh viel cooler Monstro 2 Ja Warum hilft der so schnell Der ist mir zu schnell Der kleine Monstro da Weil man das macht Das macht ihn unsympathisch Ich könnte jetzt das Jammert einsetzen Aber da warte ich bis ich nochmal Getroffen wurde Ja schön Der kleine Monstro ist echt scheiße da Der öffnet mich viel Öfter als der Große Monstro 2 Aber es gibt ein extra Herz und Tiers ab Und die Todeskante Cool So ab in die Tiefen 2 Oh Gott Ah Geh da rauf Gehst du da rauf Ich bräuchte aber trotzdem Damage ab Ein Geheimraum bleibt mir noch Wisst ihr was Ja Genau Tod Ja toll Kann ich auch Da Meine ist cooler So Was hast du für mich Nix Dann geh ich sterben Und gibst mir drei Händen Ja Ganz toll Ja toll Alles daneben Wieder Wow Aua Okay So was ist Ich hab Echt cool Oh Gott Ja genau Übertreibs halt So Wir haben genug Bomben Schade Dann mal oben rechts Weiter schauen Gut dass das mit der Dass ich die Katze Vorher aufgenommen hab Das letzte Part Irgendwann gewesen sein Oder vorletzter Mal schauen Wiss ich nicht Weil sonst hätten wir jetzt Unseren Little Chub Nicht Und unseren Steve Haben wir auch nicht Hätten wir auch nicht Aber die mag ich Doch sehr gerne Boah Aus dem Weg Wenn wir beim Abgrund sterben Dann kommen gar keine Viecher raus Oh Nicht sterben Wom ist denn Achso Das ist Damage Jawohl Nein Nicht sterben Ach Keine Ahnung Ach Der mega Geheimraum Mit einer Telepille Ich bring mich irgendwo Genau dahin Die Richtung So Weil Dann geht das viel besser Aber was glaube ich Dann finde ich Den Geheimraum Äh Den Itemraum Schnell Ach Gott Wir haben noch erst Halb zehn Am Abend So müde bin ich noch nicht Eigentlich bin ich noch gar nicht müde Aua Trotzdem lasse ich mich treffen Wie ein Behinderter Ja schön Und jetzt So Die fliegt auf Lieb Lieb Ich bin Mag mich nicht Ich mag die Maske nicht Masken sind Auch neue Neue Hassgegner Neue Hassgegner Aber hier ging's Homewind Bombs Das ist cool Vor allem weil ich so viel hab So Jetzt nur noch den Shop finden Achso Das wollte ich jetzt eigentlich nicht Ich wollte eigentlich nur noch einen Geheimraum suchen Aber naja So 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 Was haben wir hier Kompass Silberherz Nehmen wir doch gern mit Ach da oben ist ein Geheimraum Ne Bring's nicht Ich geh jetzt zu Mutti Ich komme Hallo Maggie Was ist Mom Ich steh meilenweit entfernt Aua Das verstehe ich teilweise nicht So Jetzt wenn sie mich getroffen hätte Dann hätte ich aber So Komm So schwer ist das nicht Oh Ja ich war aus dem Weg Sag ich jetzt Jedes Mal noch Weil's auch stimmt In your face Herz Wird gut Weiter Ab Bis zum nächsten Mal Tschüss